Hi meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen zu dem Video nach dem Live-Event. Ihr seht, wir haben es jetzt 23.16 Uhr. Fortnite hat auf Instagram in der Story einen Logbook markiert, beziehungsweise eine Seite dazu hinzugefügt. Das ist die hier von Vibing. Hier steht Season 3, Season 3, Season 3, ja. Wir können runterscrollen und hochscholen. Kapitel 3, Season 3 steht hier. Und hier kriegen wir einige Leaks schon aus der Season 3, ja. Wir werden mal runterscrollen. Und hier sehen wir ja schon ein Bild. Was ist das? Hier sehen wir einen Skin auf dem Skateboard. Okay, okay, das könnte Battle-Pass-Skin sein. Genauso hier sehen wir die Schuhe, beziehungsweise die Füße von diesem Skin. Und hier genau den Skin. Das ist wahrscheinlich der Skin, ja, in einer anderen Variante. Also sieht ein bisschen anders aus. Wenn wir weiterscrollen, sehen wir einen weiteren Skin. Ja, einen weiteren Skin sieht mir so Rapper-mäßig aus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, auch in verschiedenen Styles. Hier sehen wir ihn nochmal mit seinen Moves, vielleicht ein Emoticon. Einen weiteren Skin! Oha, der sieht, muss ich sagen, relativ nice aus. Hier sieht man ihn nochmal so. Hier sieht man die drei, die wir gerade gesehen haben, komplett zusammen, ja. Das sind also alle drei Skins, die wir von hier sehen, zusammen. Das ist natürlich ein kleines, ein kleines Ding. Hier sieht man drei Skins. Logbook-Vorschau auf den Battle-Pass von Kapitel 3, Season 2. Diese drei Skins, ich gehe mal runter, werden definitiv im Kapitel 3 Battle-Pass sein. Also Leute, wir werden diese drei Skins definitiv mit unterschiedlichen Styles im Season 3 Battle-Pass erhalten. Also könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Diese drei Skins werden definitiv reinkommen. Das war's mit dem kleinen Infovideo. Haut rein! Euer Schmähle und ciao! Euer Schmähle und ciao!